Moin, ich bin der Marvin, ich bin 22 Jahre alt und studiere physikalische Technik. Ich zeige dir heute mal meinen Campus. So, wir sind jetzt im Lasertechnik-Labor. Ich finde es richtig cool, dass mein Studium so praxisnah ist, denn wir haben jedes Semester mehrere Praktika. Laser wie diese hier werden ganz oft in der Industrie verwendet, zum Beispiel um das Mindesthaltbarkeitsdatum auf Flaschen zu lasern. Bis zu 60.000 in einer Stunde. Man kann auch in der Freizeit ins Labor gehen, um privat mit dem Laser zu experimentieren. Zum Beispiel habe ich schon mal Gläser graviert. Das Gute ist auch, dass man einige Zusatzqualifikationen erwerben kann, zum Beispiel den Strahlenschutzschein oder den Laserschutzschein. Wir studieren in ziemlich kleinen Gruppen, was ich sehr gut finde, weil die Betreuung sehr persönlich ist. Ich bin jetzt fertig mit meiner Natur. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du mehr wissen willst, dann komm doch einfach vorbei oder bewirb dich hier.